Hallo und herzlich willkommen zu Unravel, es geht weiter einmal, ist das nicht der Burner für euch? Ich bin letztes Mal gestorben bei den scheiß Kaka-Laken. So, das musst du jetzt hier raus einmal Leute. Boah, ich verstehe das nicht, was das hier mit der Lampe... Ah! Und jetzt, und jetzt wieder weiter, oder wie, ist das jetzt gemeint? Ach, vielleicht muss ich auch einfach mal mich hier festmachen. So, jetzt mal ohne Kack. Ja, guck doch mal. Und zack. Oder auch nicht. Hä? Lass mich hier hoch. Ich mag das nicht mehr. Ich mag das absolut gar nicht. Nein! Nein! Bin ich der Einzige, der bei sowas ausflippt? Ist ja schon ein bisschen nervig, ne? So. Ach so. Ich bin ja ohne Funz. Kein Wunder, dass das nicht so weit geht, wenn das nur so... So. Jetzt muss ich das festmachen, glaube ich. Okay, wartet. Nein. Fui. Aus. Und... Wieder weiter. Und... Weiter. Und... Weiter. Und... Dann geht's jetzt hier hoch. Nein. Nein, 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 nein. Alter, ich flipp wirklich irgendwann aus, ne? Boah, da ist doch nicht... Ist doch nicht normal. Dass die Scheiße hier nicht geht, sorry. Irgendwie muss doch hier auch so ein Licht angehen bei der Kacklampe, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Mann, ey. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und... Komm, noch ein... Noch ein Stückchen. So. Wieder bitte hier hoch. So, einmal hier lang. Einmal hier. Dann bin ich hier unten wenigstens am Boden sicher, ey. So. Hier mag ich das, hör mal. So. Nee, du sollst runter. Nein, 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 nein. Alter. Nein. Oh, Mann. 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 Alter, ich raste aus. Irgendwie muss ich doch... Na, guck mal. Jetzt gehen sie wieder weg. Jetzt gehe ich einmal hier hoch. Jetzt gehen sie wieder weg. Nein, nicht da drauf. Oh mein Gott, du olles Vieh, ey. Ich hau dich gleich. Jetzt einmal hier hoch. Jetzt wieder ein Stück. Jetzt wieder hier hoch. Jetzt wieder ein Stück. Jetzt wieder hier hoch. Jetzt wieder ein Stück. Jetzt wieder... Guck mal, jetzt kann ich schon mal hier hoch. Und hier das Licht anmachen. Nein, du gehst nicht zurück. So, wieder zurück. So, einmal wieder hier hin. Jetzt wieder zurück. Wirst du mich jetzt verarschen? Geht das jetzt wegen dem Licht? Nein. Aha, guck mal an. Guck mal an, ey. Irgendwann flippe ich hier aus. Wow. Jetzt ist das Licht an? Oh ne, aber auch nicht ganz. Ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, ey. Ne, ich will da oben an das Ding. Hallo, geh doch da... Das ist doch nicht immer so anstrengend, du komisches Spiel. Ah. Ich glaube... Ne, jetzt so. Aha. Und jetzt hier hoch und jetzt hier. Und jetzt kann ich da rein. So. Hier kann ich zum Glück rüber laufen. Hier ist bestimmt nur Strom drauf. Du bist ja lustig. Hä? Achso, ich muss dann immer springen, wenn ein Blitz ist oder was. Alter. Ha. Aha. Wait a second. Hey, warte mal. Wird schön. Und jetzt? Bringt mir wieder nichts. Obwohl wird. dahinter vielleicht... Dahinter ist doch locker. Lecker, locker, 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 locker. Natürlich. Äh. Das sah jetzt komisch aus. Aber na klar ist da was. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ich... So. So. Gut. Nein. Nein. Nein, ich wollte springen. Ich wollte springen. Das kommt aber nicht immer regelmäßig. Gott sei Dank, ey. Hallo. Ich wollte... Ich hatte die Leertaste gedrückt, Leute. Ich hatte die gedrückt. Ha. Mhm. Oh. So. Weiter geht's. Oh. 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 Nein. Ich hab's kaputt gemacht. Oh. Oh. Wir machen. Ähm. Ähm. Muss ich hier durch? Düm, düm. Und dann wird der da hoch. Ich möchte nämlich neue Wolle haben. Dankeschön. So. Wie? Achso. Achso. Das sterbe ich. Ach. Ne. Da möchte ich dann doch eigentlich nichts übernehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mich festmache... Ah. Ne Lampe. Ich weiß, was ich hier machen muss. Ah. Nein. Ich hab mir gerade eine Million Mal... ... in den Kopf gehauen. ... in den Kopf gehauen. Irgendwann hat er immer halt heute hoch. Haha. Das ist nicht lustig. Das ist nur traurig. Ha. Geil. Mhm. Die Maschinen sind eher ungefährlich. Achso. Hammer, Leute. Hammer. Was ist der Hammer? Ah. Ich... I see. I see. I see. I see. I see. Wer eigentlich laufen muss. So. Jetzt aber. Ah. So. Dann reisen wir mal hier lang. Ja. Eine Moment. Eine... 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 Eine Kacke. Kacke. Nein. Puh, ich glaub da wär ich aber gestorben, nochmal, mhm, mhm, so, und einmal bitte hier lang, und einmal bitte da drauf, was ich nicht kann, weil ich ein inkompetentes Menschen bin, was mich gerade schon sehr, sehr stark drückt. Boah, da kann man sich auch mal gegen die Stirn kloppen, wenn man, denk ich's ab, ähm, unerreichbaren Dummheit, nein, da gehst du nicht drauf, wir haben ihn, wir haben ihn, Puh, ich mag ihn wirklich auch nicht so sehr, ähm, oh man, womit hab ich das denn verdient, ey, hab ich das nicht schafft. Yo, warte, ich, oh man, ich hab fast geschafft, da drauf zu kommen. Oh man, ich hab gleich keine Lust mehr an mir, Leute. Boah, ey, warum ist das denn so nervig? Ne, siehst du mal, hatten wir diesen einen Versuch, wenn man den verkackt, ne, ist direkt alles vorbei. Ja. Oh mein Gott. Hab ich's etwa mal geschafft. Ohne jetzt zu sterben. Nö, natürlich nicht. Boah. Alter. Komm, geh einfach drauf da, ey. Kackspiel. Guck. Hhhhh. 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 Warum ist dieses hässliche Band nicht länger? Alter. Boah ey. Ich hasse die gleiche. Aber echt. Das geht jetzt 5 Minuten noch so weiter. Leute. Boah. Stimmt. Drecks. Entschuldigung. Mein Gott. Noch nie so nervig. So ein nerviges Spiel. Das ist an ein paar Stellen so unnormal nervig. Aber auch. Glaubt ihr mir. Also. Kletter da oben. Das ist viel. Kletter da oben. Mach die Scheiß. Nur doch länger. Doppel. Stirb doch nicht. Mann. Es gibt ja hiervon noch so ein Multiplayer-Teil. Das ist vielleicht ganz okay. Aber das hier. Das geht gar nicht. Ey. Da raste ich ja nur aus. Warum? Was ist das für eine Scheiße? Wie habe ich das denn gerade geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich. Ich habe glaube ich nur ultra viel. Ich habe glaube ich nur ultra viel. Ich habe das für eine Scheiße. Oh mein Gott. Warum? Er denkt sich so eine Scheiße aus, Leute. Äh, ich versteh es nicht. Wie kann ich da kein Knoten oder was machen? Nee, kann ich nicht. Darum darf ich bei den Spielern auch. Dass man hier nichts machen kann. Ich glaube das nicht, dass es hier abgeht. Weil sie so hässliche Spiele sind. Doch wenigstens hänge ich hier fest. Ja, sehr schön. Wenigstens etwas, danke. Oh scheiße. Drecksspiel. Leute, ich beende die Folge jetzt schon. Ich habe darauf jetzt keine Lust mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mein Tag habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Aber, tschüss.